Und willkommen zurück beim Civilization VI Let's Play. Wir sind immer noch etwas irritiert, dass Sumerien... Was? Ihr Angebot. Quecksilber für 30 Runden und offene Grenzen. Und ich gebe ihr Salpeter. Ja, warum nicht? Hm. Neun Runden für die Hanse. Plus zwei. So. Der kann ruhig da jetzt die ganze Zeit stehen bleiben und nicht mehr vor uns zurückkommen. Ich muss mich nämlich zuerst um Larak hier kümmern. Ich wäre sogar gewillt, wenn... Ach, die mögen mich nicht. Nicht mehr, besser gesagt. Ein beliebter Handeln mit ihnen. Unterschiedliche Regierungsformen. Unfreundlich. Unfreundlich. Minus zwei unterschiedliche Regierungsformen. Drei. Unfreundlich. Unterschiedliche Regierungsformen. Die hasst mich ja. Unterschiedliche Regierungsformen. Bei ihr war das jetzt, äh... Regierungsformen. Denunziert. Regierungsformen. Aber haben wir... Zwei Freundschaftstreffen. Okay. Der kann nicht bei uns einfach durch. So. Zugriffsstufe. Ne, Quatsch. Hier. Minus drei. Also mit Frankreich und mit, äh... Gorgo verbindet mich, wenn denn dann, am meisten. Müssen wir mal schauen, dass wir ihn hier wegbekommen. Sumerien handelt mit Sküthien. Ich weiß nicht, wie sie in Verbindung... Ja, hallo. Okay. Kairo. So, so. Shedded wird belagert. Ich weiß immer noch nicht, wer oder was Shedded ist. So, du bleibst da oben. Du kommst hier nicht runter. Vergiss es. 140 kostet der. Großer Wissenschaftler. Was bringt er mir? Löst das Heureka für zwei zufällige Technologien des Industrie... Oder der Moderne aus. Er schließt Öl ohne Diode. Geil. Ja. Meins. So. Luftfahrt. Und Elektrizität. Zwei Ölquellen. Wo sind die Ölquellen? Wo sind die Ölquellen? Strategische Ressourcen. Ich habe keine Ahnung. Gut, wenn ich Öl habe. Bank, Gold, Bürgerplatz, Hanse, Werkstatt. Und Siedler, Handwerker. Habe ich irgendwas Neues zum Bebauen. Da unten. Zwei Runden. Kann ich verschmerzen? Kompassel kommt da hoch. Taoismus. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt bei denen machen wollen würde. Ich muss halt jetzt schauen, dass ich mir ein paar Freunde ranzüchte. Ach, da ist Öl. Guck an. Benötigt Verbrennungsmotor. Okay. Da habe ich auf jeden Fall eine Ölressource. Und wo die andere ist, weiß ich nicht. Sumerien hat gerade böse Tate aus Tickenlandes. Ich brauche dringendst. Absolut dringendst. Mehr Militär. Milinius, Milinius hat mit, was? Na, ist egal. Wahrscheinlich weiter weg. So. Händler. Von und zu nach. Hattuschka gibt jetzt noch was. La Venta. Plus neun, plus sechs, plus drei. Brüssel gibt zehn Gold. Dann gehen wir doch da hin. So, Weg beginnen. Universität mit zehn. Ich sagte gerade, ich brauche dringend... ... Quadrieme. Schon sind sie weg. Hahaha. Hier gibt's keine Siedlung für dich. Warum der da eine gebaut hat, weiß ich auch nicht. Aber die hole ich ihm auch weg. Ich weiß nur nicht, ob ich sie behalten soll, oder ob ich sie niederbrennen soll. Ich will sogar fast sagen, ich behalte sie. Pantheon, Göttin des Flusses. Oh, was war das denn jetzt? War jetzt etwas unangenehm. Ah, hier ist auch nochmal Öl. So. Schädet wird belagert. Produktion, Werkstatt, plus zwei Produktion, plus ein Bürgerplatz, großer Ingenieur pro Runde. Plus fünf Gold. Also plus fünf Gold wäre schon nicht schlecht. Nehmen wir ihr hier. Fünf für die Hanse. Hanse ist schon geil, also... Heidelberg braucht Bürgerplätze. Renaissance zum Industriezeitalter. Da bin ich noch nicht. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Das ist eine Produktion. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Ata. Ata. Ach ja, ist das schön. Krabben. Ich weiß gerne, wie ich die Krabben bekomme. Habe ich nicht irgendwo sogar eine Krabben-Ressource? Da unten. Mal gucken, wie ich an die Dinger rankomme. Bonus-Ressource. Aber das hier ist gut, dass ich Handelsbezirke lässt, die Handelsgilden florieren. Sehr gut. Sehr gut. Sehr geil. Sehr klasse. Fischerboote. Ach ja. Das mache ich dann auch mit denen. Sehr angenehm. Weiter runter. Kannst du ja durch Straße nehmen. So, da haben wir das... Der, die das magt. Plus drei beim Bauernhof. Na gut. Was ist das hier? Die Modernisierung wird entfernt. Was ist das? Ist das ein Bezirk? Ist das ein Sägewerk oder ist das ein Bezirk? Ich würde sagen, das ist das Handelszentrum. Deutschland. Handelszentrum. Genau. Was ist das? Das ist nur ein Sägewerk. So, gut. Nur ein Sägewerk. Da kann die Hanse ruhig hin. Das passt dann schon. Das Sägewerk und Wald ist weg. Aber das brauchen wir in dem Falle ja nicht. Denn die Hanse gibt uns mehr. So, Quadridridli. Kommt dahinter. Bank für 17. Unterhaltungskomplex. Arena. Bibliothek. Bürgerplatz. So. Dann kommst du auch mal nach oben. Bereiten wir uns für eine kleine kriegerische Auseinanderversetzung vor. Arabien. Fregatte. Ich gehe so dermaßen unter in diesem Spielstand. Und das ist sogar der normale Schwierigkeitsgrad. Das ist für mich gerade ein bisschen... Ja, ein bisschen. Ein bisschen sehr... ...peinlich. Aber... Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht einfach nur... Ich mache ja auch noch gar keinen Einheiten-Spam. Also, ich bin ja gerade... ...hauptsächlich dabei... ...alles zu pushen, was ich... ...auch nur pushen kann. Sperr. ...in Form... ...der Ökonomie. 0,5 Wohnungen. Quadrimen. Das hört sich gut an. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Taoismus-Anhänger. Ich komme mit dem Ding noch nicht ganz klar. Das bedeutet Inquisition. Ich habe irgendwas gesehen von wegen Glaubenskrieg. Und ist kein... Industrie-Zeitalter, sehr gut. Wenn die Fakten nicht zur Theorie passen, ändere die Fakten. Das ist die einfachste Möglichkeit. Definitiv. Massenproduktion, Schiffswerke und Arsenal von Venedig. So, Aachen kann eine Werkstatt bauen. Universität von Oxford. Plus 20% Wissenschaft in der Stadt und zwei zufällige Wäse... Oh, kostenlose Technologien. Ich kann es mal über den Kämpfezirk... ...Komorosität. Entschuldigung, aber das muss jetzt sein. Dieses Weltwunder will ich so dermaßen haben. Oh, guck mal, was da steht. Das Ding, was ich bauen wollte. Religion verbreiten. So, wie war das jetzt? Zwei bauen, Höfe nebeneinander bauen? Straße, Industrie-Zeitalter. Straße wurden alle Straßen in eurem Territorium verbessert. 0,75 Fortbewegungspunkte. Unabhängig vom Gelände. Drei neue Stadtstaatenquests. Mehr Wöhnraum. Genau, mehr Wöhnraum. Das ist... ...gewöhlt. ...einheit benötigt Böfühle. So, da sind Sperrkämpfer. Also, viele Einheiten hat er hier noch nicht. Wenn, dann sollte ich das... ...schnellstmöglich tun. Aber hier sind einige Einheiten noch dabei. So, Kriegstreiber Marlos. Überraschungskrieg erklären. Entsetzlich. Unfreundlich. Minus 7. Unsere Beziehung. Verschlechtern. Wendet euch gegen einen ihrer Agenten. Eine versteckte Agenda. Forderung stellen. Denunzieren. Fangen wir aber damit an. Fangen wir mal damit an. Köln. Hanse. Werkstatt gebrauchen. Köln. 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 Ich würde sogar vermuten, dass die mit denen anwandeln. Ich sollte das nächste Mal wirklich die hier wieder ein bisschen pushen, damit ich wieder der Suez hin werde. Auf jeden Fall ist das... Regierung wechseln, Handelsrepublik. So, ja, möchte ich. Plus zwei Handelswege, plus zwei Gold, das war dann, Produktion und Defensive Gebäude. Nachlass, Einheiten, Verbesserung, das wäre auch nicht schlecht gewesen. So, jede Stadt erhält plus ein Kultur für jeden Spezialbezirk, den sie baut. Schadet nicht. Plus zwei große Wissenschaftler, Schriftsteller und Admiral brauche ich eigentlich nicht. General. Admiral oder General, dann nehmen wir den. Kampfstärke, Genauswahl, Zeitalter, Bringen, Höhe von Kampfstärke, Garnisonseinheit, Produktion, Schwere, Leicht, Produktion für Marieneinheiten, Antike und Klassik, Einheitenunterhalt um ein Gold pro Runde und Einheit reduziert, ja. Der ist rausgesprungen, den behalten wir aber drin. Ja, Handelsrepublik. Humanismus, archäologisches Museum, Kunstmuseum. Die Gilden nehmen wir mit. So, du gehst da hin. Ich mag das nicht, dass ich einen Kriegstreiber-Manus bekomme. Das kann mich echt keiner mehr leiden. Außer ich. Ich kann mich gut leiden. Er hat benötigt Befehle. Plus ein Gold und 0,5 Zeug. Dann war das der. Und 21 Minuten sind wir schon. Das geht, wenn ihr meinen Freunden etwas antut. Du hast Wurstfänger. Ich mach deinen Freunden. Äh, ich tu deinen Freunden nichts. Ich will nur dir was tun. Hat der überhaupt Freunde? Hm. Der war doch gar nicht dran. Oh, der war doch dran. Was man auszeichnen, verpacken und in Masse produzieren kann, ist weder wahr noch kunst. Hm. Ballistik, Feldkanone. Feslau hat mit Kleopatra Frieden geschlossen. Heidelberg, die Schiffswerft. Warte mal. Oh, ne, ne. Hanse-Werkstatt. Warte mal das. So, in Frankfurt. Fehlt mir auch noch die Hanse. Zwei plus vier. Plus vier Produktion. Entfernt Wald. Ist mir egal. Plus vier Produktion ist definitiv gut. Gesandten schicken. So. Zur zehn keine. So erzählen wir. Ja, siehst du schon. Oh. Apostel. Taoismus. Nein. Der geht. Der verschwindet. Den machen wir weg. Aber. Das ist jetzt vorbei. Diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und freue mich natürlich wie immer, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Ich freue mich auf euch. Bis denn dann. Ciao, ciao. Bis denn 기�ier not. Bis dahulu. Bis dahulu. Bis dann. Bis dann. Bis dann.